ja herr willkommen mein name ist an ihrer lp und ich begrüße euch zurück zu let's play blade kitten in der letzten folge haben wir level 3 ein bisschen erkundet und fast glaube ich alles sogar gefunden und jetzt haben wir ja blondie gefunden und die haut glaube ich von uns ab wenn ich mich nicht erre dafür sollten ihr hinterher und bleib mal hier du ich muss mal kurz gucken da war doch was haben wir alles hier wir haben 1 gibt noch nicht naja nein hilfe hilfe die tötet uns dann so eine gute idee ist sie zu verfolgen wenn wir jetzt hier irgendwo ins gefahr oder so die ich krieg ich kann ich nicht angreifen ich kann ich nicht angreifen alle von wohnen blockiert warte du wirst hier we done here my breaker key please there you know you don't look anywhere near as good as you are thanks i think oh don't thank me yet sehr schön und innerhalb von zwei minuten die nächste level schon geschafft hat soll hat mich noch leckere mit letzten parten machen können dass er kommt voller post kaputt oder so egal okay dann kommen wir ja schon mal die nächste level beginnen great she liked the key out when she tried to use it i'm gonna have to report security reactivated okay wenn sonst nicht jetzt noch mal aerodynamische kleidung dafür tragen maximal gesundheit ich vielleicht brauchen können ja ich hätte er neue kleidung dabei belebt in den nacht klubs ist grunder system ist ein absolut nervtötende wasserstoff peroxid nummer und erstrecke die kinder was ich kann mich dann so klein wie sie oder was immer das einfach so genau gesagt so wie sieht man das aus ja warum nicht hier level neue klamotte warum nicht so wie sieht es mir aus wir haben wir 17 drohen und zwei datenpacks und zweis gibt es ja wo ich hier alles gibt und so war alles suchen werde also nicht jetzt der jump und run und hier gespielt habe also let's play da war ja mega mit x und mega mit nichts achten da habe ich ja fast alles gefunden jetzt hier auch machen wir mal gucken bockern aber schon direkt was was ich haben will also was mich da in kontrolle kommt sehr gut wie wie 100 okay gleich problem hat schon meine ersten level ich da irgendwie an somit nicht rankommen konnte da warum kann ich nicht da hin und das irgendwann aktivieren um dahin zu kommen werden auch mal los das kommt ein schiff auch und ich ich habe nichts gemacht also hier finde ich jedenfalls und soll eigentlich kommen wir nicht dran warte mal ein bisschen was dann habe ich noch nie neben so an ja genau muss ich ignorieren dann kann ich schlecht traurig komme ich irgendwann wieder rein war ich noch nicht sehr gut so wo bin ich mir ich komme nicht raus nein okay kaputt man stimmt verzeugs kaputt machen ich sehe nichts eine von 17 ton gefunden werde ich nie im leben alle finden wir schon einfach was also schön mit so einem kleid hier kanalisation zu laufen ich nehme mal an es kommt noch sehr nah an einer frau noch mal hier es gibt hier geblieben dann gehe ich da runter da kann ich jetzt wieder raus war wie weiß ich ja nicht da bin ich so kompliziert fragen man wieder hoch nehme ich ja noch warte mal war ich recht schon ne war ich nicht ich werde euch da lang ich werde euch im laufe des blazes nicht mögen hallo loslassen danke wo bin ich wo muss ich hin wo wird mich meinen weg hinführen ganz viele dinger zum aktivieren oder auch nicht das ist das ding da hinten aktivieren hat soll hat hey nicht witzig manchmal aufhören irgendwie in so einen minenfeld rein zu springen das ist immer noch nicht wie ich da nichts hin komme dafür verdammt und spiel wieder hier verdammt wollte ich nicht da glaube ich ja wenig gesehen man jetzt aktiviert ok warte jetzt auch nein das ist ein goldfisch ich will ihn haben unbedingt haben ich habe ihn sehr gut sage ich meine nase kurz gejuckt es waren informationen die ich unbedingt teilen musste ok da war ich doch gerade so noch irgendeinen weg ja ja immer an die decke gewann die decke du bist jetzt ein nachtisch auf weil er nämlich lecker schmeckt die decke ja 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 nein ok nein ok warum konnte ich erzählen verdächtig egal da bin ich letztes mal hingegangen dann geben war da wo der pfeil in zeit hin nämlich da weh mich runter nein nein ist immer noch nicht wie ich da am anfang hinkommen sollte bleibt einfach da trocken stehen da sehe ich so aus ich bin klein ich bin winzig dass wir vom wind treiben ok sehen wir sind lebensgefährlich aus da will ich hin schieß mich ab wie war anders auf wo ich vielleicht die raketen irgendwo hinlenken in einzelnen dingen das war echt mit einem fortgesetzten gesprächten da sind immer noch mal so was man arbeitsrichten gehört bei meinungsäußerung mit bestimmungsrecht ja ich habe vertreten von wie viel habe ich schon verpasst sehr schön ja ja häng mich doch da ran ah warte hilfe hilfe es ist wie eine dicke so hm 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 ok dann da will ich hin schnapp sie alle gehalten einmal reicht kennt also wirklich so und das gespräch hat jetzt was ich bin so ein typ ja übrigens voll ausgedrehen voll durch mann wenn ich nicht sehen ähm oh die sind so laserdinger dumm 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 ah 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 elfer nicht nett keiner öff waaa Meinen Rage Modus geht immer weg Nele, das klingt irgendwie besser eua wenn denn erstmal da hin geht weiß aber noch n ding aber egal ja gar nichts doch was okay cool das wusste ich natürlich dafür bin ich auch schon richtig also lasst mich mal kurz runter da muss ich kann hat man das nicht so an war ja schon richtig ja da oben okay dann muss ich ja passend gekleidet werde ich schon mal bekämmt ich weiß merke ich habe keine interesse an solchen Typen wie euch. Öp, öp, Autsch. Das war nicht schwer. Das hat wehgetan. Wo bin ich? Ah, so. So, patsch. Ähm. Ähm, ach, ich hab ne Idee. Okay. Auf jeden Fall, wieder neu aufzutauschen. Aua. Hab ich beinahe getötet. Ähm, ja. Dann nicht. Au. Ist gut, Mann. Und, 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 und. Sommelt ein. Ich bin ganz schlecht gelaunt. So. Das dreht sich andersrum. Super. Wart. Wart. Ey. Der hat mich getötet. Aua. Das ist so ein Dreck. Ey. Jetzt muss ich da wiederum stellen. Hilfe. Wart mal, kann ich jetzt auch andersrum gehen, weil der Laser ist abgeschaltet, ne? Was tätert mich denn? Au. Au. Oh, jetzt sterb ich schon an denen. Ich glaube, das wird Zeit für ein Dingens upgrade, habe ich gar nicht gekauft, glaube ich, ne? Obwohl es mir das vielleicht nicht so bringen wird, ne? 13 Prozent abgeschossen und 14. Lehrling. Aber hier, keine Ahnung. Aber das Häxensystem, Währung, genau. Nein. Ich habe immer noch so viel Schaden bekommen. wenn wir mal einer wie ich daran sterbe bitte irgendwie so ketten sägen werden die sich drehen dann würde ich aber verstehen aber dass ich doch schlicht untergreifend lächerlich hau gesicht hat mich verdammt noch mal nur mich in rü so okay dafür gar nicht berühren warum auch immer wie was da wenn wir nicht schon ein bisschen richtig oder da ist was ja ich werde sowieso noch mal zurückgehen aber wir haben 21 minuten ich war das ist ganz schön lang auf jeden fall geheimnis hier habe ich jetzt schon mal ein ich habe nächstes mal nicht vergessen hat die solchen bad machen und sterbe ich nicht oder wie okay okay er sagt mir das ding mit deinem muss ja muss ich verdammt jetzt kann ich auch mal so naja der schalt das jetzt aus da war glaube ich haben ich will es unbedingt haben so jetzt aber genau das wollte ich nicht machen und bin ich jetzt schon wieder hier er muss ich den ganzen dreck jetzt noch mal machen ganz ehrlich bin dreck wo der ding ist wahrscheinlich auch wieder kaputt ne das finde ich doch höchst dämlich was hier eigentlich ist hier eigentlich noch eine ganz kleine lange folge hier dieses mal vielleicht kann ich ja irgendwie von oben da hin ne schon mal daran gedacht du idiot bisch 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 ja da ist auch wieder neu verdammt ja da komme ich gar nicht irgendwie so in ne ich bin da untergefallen egal das habe ich nicht getötet oder wie ey was ist das hilfe nein oh und jetzt auch gar nicht dahinten lang das ist ein nervig ja kannst du es wagen dauer da schaffe ich doch noch irgendwie dauer ich traue mich nicht da irgendwie klettern zu wollen mal sind wir doch nicht kaputt also hat was hat mich da irgendwie das ist aber echt gelohnt ich fasse es nicht wenn er nur überall so 100 hat in einem sind das ist bestimmt voller secret hier das ist bestimmt voller secret hier komm gibt die dinge auch neue nochmal kurz dahin boah da war besser so was haben wir da da komme ich wahrscheinlich wieder hier raus ne oder nicht ok boah hardcore tsch ok verdammt das ist scheiße das heißt mich da nochmal hin oder wie leck mich kann ich irgendwie speichern da wird ja wohl gespeichert haben jetzt ne ich kauf mal einfach irgendwas damit das hoffentlich bleibt war jetzt noch was ich habe kein geld das ist ja ja da wird schon gespeichert haben ich wechsel einfach ein bisschen oder so wird aber auch gespeichert haben dann so noch viele trugen und vieles gibt es und da anwächst na gut ich habe sagen ich speicher hier weil es gespeichert hat und wir sehen uns dann in der nächsten fall verletzt ich bedanke mich alle herzlich bis zu schauen sage tschüss bis zur nächsten folge ja 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 ja